Auch online spielst du Vampires auf 5 Walzen mit 5 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei SunMaker kannst du online mit Netflix spielen. Natürlich kannst du dein Gewinn auch hochdrücken, auf der guten alten Seite Risikoleiter. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com